Cremige Bacon-Spaghetti mit nur 370 Kalorien pro Portion. Zuerst den Bacon in einer Pfanne knusprig anbraten und zur Seite stellen. Tomaten und Zwiebeln anbraten, Frischkäse dazugeben und den Spaghetti-Kürbis unterheben. Miteinander vermengen, bis der Käse geschmolzen ist, dann Parmesan und den Bacon unterheben. Fertig ist die Bacon-Spaghetti. Super einfach, lecker und total sättigend. Probiert es aus und hinterlasst dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir für weitere Rezepte. Bis bald!